Woher Sie wissen, ob Sie die neueste Garmin Dashcam benötigen? Wenn Sie hier mitfahren oder hiermit, während unendlich langer Strecken oder nur um sich etwas zu essen zu holen, im Feierabendverkehr, um Ausflüge zu machen oder sich Sehenswürdigkeiten anzusehen. Das ist aber kein Verkehrspolizist. Unter allen Bedingungen. Entweder Sie haben einen Beifahrer mit einem fotografischen Gedächtnis. Oh, schon wieder vergessen. Oder die hier. Garmin Dashcam. Für HD-Aufzeichnung aller Details der Fahrt. Mit einer Garmin Dashcam haben Sie den perfekten Beifahrer dabei. Ver 맛 separation. Ingl juifs mit zwei Hinzu. Hö Japanese 여 downtrende Beifahrer bei uns. Und da gibt es dieses Zeichenswürdigkeiten. Auf Wiedersehen, bei uns 성股 근voll. Denn da Deep-Aufzeichnung, die in bei uns selbst gemacht haben, ist ein amigos hoiner écrit. Dein reasono ist der Hintafleisch. Vielen Dank.